Hallöchen und herzlich Willkommen zurück bei Beyond Good and Evil. Wir waren das letzte Mal damit beschäftigt hier das Tor zu öffnen und dann ganz schnell da durch zu kommen, aber da sind wir ja jetzt schon durch. Und deshalb gehen wir jetzt weiter. Mal gucken, was sind wir denn? So, wenn ich da gucke, wir müssen nur doll nachlegen. Okay. Lässt sich doch machen. Mit der Maus lenken ist ein bisschen seltsam. Was ist denn das eigentlich? Okay, abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Okay, dieser Film ist voll. Oh, da finde ich das gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Ja, dann mach das mal bitte. Ähm, okay. Jetzt ist die Entscheidung. Fahr ich da lang. Ich habe das Gefühl, jetzt gleich kommt irgendwie so ein Boss oder sowas. Komm ich da vielleicht hoch? Oh. Kisten. Kann ich jetzt auch dann. Ah. Ah. mal gucken naja okay dann stehe ich mit dem torpedo mir nach Oh! Wo kommt die her? Alter. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich tu da lang, oder ich tu mir noch. Okay, muss da lang, oh Gott. Aber ganz vorsichtig. Ich hab's jetzt richtig... Nicht blöde Kamera. Nicht da rein. Boah. Er saft den echt gut. Konto, Identifizierung, okay. Ein Starkkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Hm hm hm. Einfach wieder alles kaufen. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. So. Kann ich ja zwei von dem Starkkurs essen. Okay. Okay. Weiß haben wir nichts Gutes, wenn man von... so, so langsam ist. Okay. Okay. Oh, son. Genau. Kann ich Ihnen helfen? Spiel speichern. Ja. Ja. Gut. Danke. Okay. Okay. Ich bin jetzt mal... Okay, da kann man nicht durch. Okay. Gut, dass ich das jetzt weiß. Dann... Okay. Okay. Wie soll der das dann machen? Wenn man hier den Strom aushaltet. Warte. Hier. Und man sei nicht irgendwie was machen. Ja, drüber springen kann ich dann nicht. Hm. Okay. Ist das hier dafür... Nein. Ah. Alter! Ha. Was war da für ein Gitter? Alter. Ha. Da kann ich sonst nichts machen. Ah. Da oben. Ich erkunde den Sektor dort drüben. Wir gehen ihn parallel zu Ende vor. Vorsicht. Okay. Loslassen. Äh, äh. Da lang. Ja. Weg dich, weg dich, weg dich. Weg dich, weg dich. Noch bin ich zu Ende. Dann bitte die Erlaubniszone zu säubern. Bestätigt. Nichts. Alter Vater. Okay, ich darf mal beobachten. Okay. Er guckt in die Richtung. Dann guckt er da lang. Dann guckt er da lang. Dann guckt er da lang. Du mich auf. Hier ist ein Post-on-Daten-Post. Nein, jetzt will ich mich da noch nicht runterfallen lassen. Jetzt ist das von mir aus. Komm schon, dreh dich. Ich weiß, dass du es möchtest. Ich möchte den Linken dann nämlich aussalten. Verdammt. Und so mich down. Okay, ich sollte lieber gar keinen angreifen. Dann nicht so schlau. Ah, die Kamera ist auch so schlecht zu steuern. Da kann man eh nicht. Jetzt dreh dich wieder, Söhn. Okay, okay. 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 o Evet. So. Mhm. Ja. Einmal lang müssen. Da kommt was! Alarm! Alarm! Oh oh! Okay, nein. Das Teil ist echt böse. Das ist immer das, was mich tötet. Das siehst du nur auf mich, wenn Alarm geschlagen wird. Okay, ich werde einfach mal versuchen dahinter zu kommen. Okay, jetzt dreh dich, komm, und dann gleich nochmal. Danke. Das ist richtig, Assi. Aber ganz im Ernst, was soll ich da machen? Cool. 5, 4, 3, 2, 1, Transfer gestartet. Falscher Alarm! Hmm. Das kommt von da drüben. Ich gehe. Ich gehe. Also kann ich die Typen weglocken. Ich habe gerade voll die Idee. Falscher Alarm! Falscher Alarm! Falscher Alarm! Komm schon, dreh dich! Hier will mich keiner sehen. Wenn du gut schon, da geht. Du, wirst du das. Ich gehe. Du, wirst du das. Du, wirst du das. Denk. Du, wirst du voll. Falscher Alarm! Dreh dich! Du, wirst du. Du... Du, wirst du. Wirst du das. Du, wirst du. Wollte da nicht hingehen. Der Vorsitzende ist doch da auch hingegangen, der Vorsitzende. Jetzt geht natürlich dieser Wegsel dahin. Ich komme mir hier gerade ein bisschen verarscht vor. Okay, jetzt probiere ich es gleich nochmal. Okay, nein. Keine Zeit dazu. Komm, du trägst dich nochmal. Das kommt von da drüben. Ich gehe. Haltet die Augen offen. Es sollen beide gehen, wie der vorher. Da finde ich einen besserer Assi. Da kommt was. Ich gehe hin. Haltet die Augen offen. Ich gehe hin. Wow. Hm. Hm. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Wenn du dich wieder mal drehen würdest, dann... Wüsste ich, wie ich es machen müsste. Danke. Da kommt was. Das ist aber jetzt Assi. Wie Assi ist das? Alter. Wie Assi ist das? Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich gucke mal nochmal zurück. Da kann ich nicht mal mehr lang. Also, was heißt das? Ich muss das hier machen. Nichts. Das war's. Das war's. Hm. Jetzt sehe ich wahrscheinlich. Ich wusste. Von wegen. Von wegen. Ja. Bitte erlauben es zu. Zonen zu säubern. Bestätigt dich. Hm. Zonen gesäubern. Da sind zwar und da, seiner. Dann geht es. Laufen. Fuck. Wie sie dann auch einfach stehen bleibt. Hm. 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 Komm. Dreh dich zu mir. Okay. Das gibt keine Aktion. Weg. Weg. T-t-t-t-t-t. Komm. Da drüben ist was. Eindringlichen! Achsyu. Ahaa! Mann! Und ich kann hier nicht aufhören, bevor ich das gesagt habe, sonst muss ich alle nochmal spielen. Aber wenn es jetzt nicht so viel war, aber trotzdem. Das bringt nichts und das bringt nichts. Ich habe hier gerade voll die Idee. Das kommt von da drüben. Ich gehe. Halte die Augen auf. Ich gehe. Nein, nein. Falscher Alarm! Das macht auch was. Hey, hey, alles klar? Hey, alles klar? Ich gehe. Eindringling! Eindringling! Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubern! Alarm! Alarm! Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubern! Zone gesäubern! Nein, nein. Partner, Probleme! Wir werden angegriffen! Okay, System wieder angeschlossen! Nein, nein. Nein, nein. Das kommt von da drüben an. Das kommt von da drüben. Ich gehe. Halte die Augen auf. Nichts! Hey, 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 alles klar? Partner hat Probleme! Fick dich doch! Okay, System wieder angeschlossen. Falscher Alarm! Eindringling! 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 Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Ich gehe. Nichts! Hey, hey, hey! Alles klar? A-Nahal Probleme! Eindringling! Ich habe beide Probleme. Eindringling! Endlich habe ich's! 항ing! Flip dir tief verlangt! Entschuldigung! Eindringling! Möchtest du auch? Hm, dass das damit zusammenhängt. Jetzt hat's dann... Und jetzt möchte ich das so machen, das gibt mir D. Springen. Danke. Irgendeine Sicherung ist sicherlich wieder wichtig. Okay. 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 So war's mit dieser Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen und man hört sich wieder wenn es heißt Beyond Good & Evil. Ciao! Cools. nos